Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal Raidguide, Amir Trassil, erster Boss, Knochenwurzel. Wir gehen den Fight anhand unseres Kills kurz mal durch, das ganze gilt für HC und Normal, aufgenommen vom lieben Menül, da ich den Kampf leider nicht mitmachen konnte, weil ich einfach nicht da war, Mittwoch durch Arbeit. So, was wichtig ist, ist einmal diese Fähigkeit, wo diese Swirlies auf den Boden kommen, da seht ihr jetzt sind so kleine Samen am Boden, da spawnen Ads draus. Auf Normal spawnen diese Ads automatisch, auf HC müsst ihr diese Ads aktivieren und ihr wollt sie wegmachen, weil ansonsten kommen die irgendwann alle in einem Krams. Ihr braucht dieses flammende Pestilenz, beziehungsweise diese riesen Bomben um euch rum, die ihr gerade gesehen habt. Die Spieler, die diese Dinge haben, laufen auf die Positionen der Samen und da spawnen dann beispielsweise diese Peitscher und so weiter und so fort raus. Also, das ist ganz, ganz wichtig, jetzt seht ihr es wieder, Ads spawnen, zum Beispiel rund um den Boss rum sind jetzt einige, gleich werden dann wieder die Bomben verteilt in 10 Sekunden und die Spieler damit, und das ist jetzt der Fall, versuchen nach Möglichkeit die Ads zu aktivieren, damit man die als Raid dann gemeinsam wegbomben kann. Was ebenfalls noch ab und zu passiert, ein Spieler wird vom Boss anvisiert und da geht dann so ein, ja, frontaler Kegel zu ihm raus. Da einfach rauslaufen, aufpassen, dass das nicht den kompletten Raid trifft und ihr seht es jetzt, der Boss hat eine Zwischenphase, die sich aktiviert, wenn er 100% erreicht und da werden alle Ads aktiviert, die eben noch übrig sind. Deswegen ist es wichtig, in der ersten Phase so viele wie möglich davon zu erwischen. Dann seht ihr jetzt, spawnt er so ein paar Wurzeln auf dem Boden und die Dinger müsst ihr kaputt machen, um die Intermission, also diese Zwischenphase zu beenden. Stellt euch in diese Flächen rein zum Soaken und wenn ihr das gemacht habt, habt ihr jetzt vielleicht gesehen, Manuel ist dann zu einer der Wurzeln hingegangen und hat dann einen Stack verloren. Also Flächen soaken plus dann zu den Wurzeln laufen und dann verbrennen die. Wenn alle Wurzeln kaputt sind, kriegt der Boss für 20 Sekunden 100% mehr Schaden und das ist der Zeitpunkt, an dem ihr eure Cooldowns ziehen und Kampfrausch ziehen wollt und so weiter und so fort. Ähm, denn, ja, letzten Endes könnt ihr hier den Boss richtig gut runterbrennen und ihr seht, wie viel HP der da gerade verloren hat. Ähm, das geht ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich schnell und dann beginnt ehrlich gesagt der ganze Fight, ähm, ja, wieder von vorne. Viel mehr ist es auch ehrlich gesagt gar nicht. Worauf ihr noch achten müsst, auf HC im Vergleich zu Normal, auf Normal werdet ihr automatisch mit diesem Debuff belegt, um die Wurzeln verbrennen zu können. Auf HC müsst ihr halt diese Flächen soaken, aber, ähm, ganz im Ernst, das ist jetzt nicht so schwer. Ansonsten noch für die Heiler interessant, dieser AOE, gepeinigter Schrei, der macht halt relativ viel Schaden. Ähm, da müsst ihr halt einfach gegenheilen und bei den Eds ist auch noch gesagt, ähm, ihr solltet versuchen, die zu stunnen und so weiter und so fort, weil sie Casts ansetzen. Nicht, dass da irgendwas durchkommt. Für die Tanks noch interessant, es gibt eine Fähigkeit namens Schreckensfeuerbeschuss. Das macht physischen und Schattenflammenschaden, erhöht nach jedem Einschlag euren erlittenen Schaden, deswegen solltet ihr nach jedem Beschuss, äh, spotten. Und wenn diese Läscher jetzt spawnen, also diese kleinen Pflanzen, solltet ihr nach Möglichkeit, ähm, auch abspotten. Also quasi ein Tank, macht die Flächen, äh, macht die kleinen Eds, ein Tank, macht den Boss, denn diese kleinen Eds hinterlassen auch einen Blutungs-Debuff auf euch und das in Kombination mit dem Boss kann schon etwas wehtun. Ihr seht's jetzt hier, ähm, wir wurden dann am Ende ein bisschen überrannt, weil uns der Platz ausging, jetzt geht dann aber wieder die Zwischenphase los. Seht halt einfach wieder zu, dass ihr, wenn ihr in diese Phase geht, ähm, so schnell wie möglich die kleinen Eds kaputt macht und, ja, dann beginnt das ganze Spiel von vorne. Also ich finde die Mechanik an und für sich echt ziemlich cool, ist jetzt nicht der allerschwierigste Boss, aber, ähm, dieses System von wegen Feuer aufsammeln, Wurzeln verbrennen in der ersten Phase, Eds handeln und so weiter und so fort, das ist doch relativ interessante Mechanik. Jetzt seht ihr hier nochmal, wie diese Wurzeln verbrannt werden, dann bekommt der Boss natürlich wieder mehr Schaden und dann kann man ihn einfach umpölen. Und das wird jetzt der Fall sein. Genau. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, gern in die Kommentare damit. Ansonsten danke ich euch fürs Zusehen, bis zum nächsten Video und reingehauen. Und ein kleiner Nachtrag noch, weil ich's vergessen habe, in der Mission dürft ihr nicht unter dem Boss laufen, ansonsten seid ihr tot. Bis zum nächsten Mal.